Klimagerechtigkeit Hallo! In diesem Film geht es um ein wichtiges Thema. Das Thema heißt Klimagerechtigkeit. Dieses Thema ist wichtig für unser Leben. Ich erkläre das Thema in leichter Sprache. Es gibt auch Untertitel für diesen Film. Sie können den Untertitel einschalten. Klicken Sie dafür unten rechts auf dieses Symbol. Es gibt noch einen anderen Film. In dem anderen Film erkläre ich das Thema Klimawandel. Sie können den Film ansehen, wenn Sie hier klicken. Ich fasse den anderen Film jetzt kurz zusammen. Was ist Klimawandel? Kraftwerke verbrennen viel Kohle, Erdgas oder Öl. Das sind fossile Energieträger. Aus fossilen Energieträgern machen die Kraftwerke Wärme und Strom. Das brauchen wir für viele Dinge im Leben. Zum Beispiel, wenn wir die Heizung anmachen oder eine Reise mit dem Zug machen oder wenn wir Waren kaufen. aber dabei entsteht auch CO2. CO2 kann gut sein für unsere Umwelt. Aber wenn zu viel CO2 entsteht, verändert sich unser Klima und dann passieren oft schlimme Dinge. Zum Beispiel die Küsten überfluten und Menschen an den Küsten verlieren ihr Zuhause. Darum ist es wichtig, dass wir etwas ändern. Wir dürfen für Wärme, Strom und Reisen nicht mehr so viele fossile Energieträger verbrennen. Das geht zum Beispiel so. Wir fahren weniger mit dem Auto oder wir machen Wärme und Strom auch aus Windenergie und Sonnenenergie. Wenn wir Kohle, Erdöl und Gas verbrennen, dann entsteht viel CO2. Einige Länder machen das schon sehr lange. Zum Beispiel Deutschland oder die USA. Diese Länder haben große Fabriken gebaut und viele Waren hergestellt. Zum Beispiel Autos oder Computer. Diese Länder haben mit Autos und Computern sehr viel Geld verdient. Diese Länder nennt man Industrieländer. Menschen in Industrieländern können viele Waren kaufen und oft eine Reise machen. Diese Menschen sind dafür verantwortlich, dass es mehr CO2 gibt. Klimawandel gibt. Diese Menschen sind also auch dafür verantwortlich, dass es den Klimawandel gibt. Die meisten Industrieländer sind im Norden von der Erde. Man nennt sie auch globaler Norden. Viele Länder im Süden von der Erde haben erst viel später Fabriken gebaut. Diese Länder nennt man auch globaler Süden. Das sind zum Beispiel Nigeria oder Indien. Viele Menschen in diesen Ländern haben sehr wenig Geld. Sie können sich keine teuren Waren kaufen. Diese Menschen haben keine Schuld an zu viel CO2. Diese Menschen haben also auch keine Schuld daran, dass es den Klimawandel gibt. Einige Dinge sind sehr ungerecht. Zum Beispiel die Industrieländer sind verantwortlich für den Klimawandel. Sie haben viele Fabriken und machen viele Waren. Die Menschen im globalen Süden haben keine Schuld am Klimawandel. Aber sie haben trotzdem Probleme durch den Klimawandel. Das ist ungerecht. Durch den Klimawandel gibt es oft schlimmes Wetter. Aber im Süden ist das Wetter viel öfter schlimm als im Norden. Die Menschen im globalen Norden sind verantwortlich für den Klimawandel. Aber im globalen Süden gibt es viel mehr Probleme durch den Klimawandel. Das ist auch ungerecht. Die Länder im globalen Norden haben viel Geld. Sie können sich gut vor dem Klimawandel schützen. Zum Beispiel sie können an der Küste einen Deich bauen. Dann gibt es keine Überflutung mehr. Die Länder im globalen Süden haben dafür kein Geld. Sie können sich nicht vor dem Klimawandel schützen. Das ist auch ungerecht. Die Länder im globalen Süden sollen nicht so viele Probleme durch den Klimawandel haben. Und sie sollen sich auch gut schützen können. Erst dann ist es für alle Länder gerecht. Das nennen wir dann Klimagerechtigkeit. Es soll Klimagerechtigkeit geben. Dafür müssen wir zwei Aufgaben erfüllen. Die erste Aufgabe ist, es darf nicht so viel CO2 geben. Die Menschen in Industrieländern müssen also weniger Auto fahren und weniger Flugzeug fliegen und weniger Waren neu kaufen. Durch einige Menschen gibt es viel CO2. Diese Menschen müssen mehr ändern. Durch andere Menschen gibt es nicht so viel CO2. Diese Menschen müssen nicht so viel ändern. Auch beim Essen kann man etwas ändern. Wir müssen nicht weniger essen. Aber wir können anders essen. Wir können mehr Getreide und Gemüse essen. Das ist besser für das Klima. Fleisch und Käse sind schlecht für das Klima. Für Fleisch und Käse brauchen wir viele Tiere. Das nennt man Tierhaltung. Unsere Tierhaltung hat auch Schuld am Klimawandel. Das ist die zweite Aufgabe. Der globale Norden muss dem globalen Süden Geld geben. Der globale Süden braucht dieses Geld, damit er sich vor dem Klimawandel schützen kann. Der globale Norden soll das machen, weil er Schuld am Klimawandel hat. Ich fasse zusammen. Einige Länder haben viele Probleme durch den Klimawandel. Andere Länder sind verantwortlich für den Klimawandel. Das muss sich ändern. Kein Land soll Probleme durch ein anderes Land haben. Die Menschen müssen sich darum kümmern. Es soll weniger CO2 geben. Dann können alle Menschen auf der Erde besser leben. das ist ein kleines oder so. Das ist ein kleines es 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 es